Hallo zusammen, ich habe hier ein Splitt-Kühlaggregat für die Selbstmontage für Kühlräume für 8 bis 10 Kubikmeter. Das Kühlaggregat ist von Rivacold. Wir sind der einzige Händler oder Kunde von Rivacold Italien in der Schweiz. Sonst alle müssen über den Großhandel einkaufen, weil wir ein traditioneller Kunde sind bei Rivacold. Und dieses Splitt-Kühlaggregat, das wird hier so an die Wand montiert, außerhalb. Und das Kühlelement hier, das kommt in den Kühlraum. Und hier ist alles vorverdrahtet. Die Kabel sind vorverdrahtet mit zwei Stecker. Und die Kälteleitung, die geht jetzt hier weg, zwei Meter Länge und mit Kupplungen versehen. Und diese Kupplungen, die kann ich dann hier draufschrauben, Schutzkappe weg, zusammenschrauben. Also heißt, ich muss keine kältetechnische Kenntnis haben. Ist im Prinzip ganz einfach. Und auf diesen zwei Steckern verbringe ich diese Verbindungsleitungen an. Das sind die Verbindungsleitungen für den Ventilator und die Temperatursonden, die hier verbaut sind. Und die ganze Steuerung, die ist dann extern. Die Halterung ist runtergefallen. Hier habe ich auch fünf, zehn Meter Kabel. Das Teil montiere ich ja außerhalb. Und die Bedienung kann ich dann zehn Meter innerhalb vom Raum wieder montieren. Neben der Tür, dass ich sehe, wie warm das ist. Kompressor läuft, Ventilator läuft und so weiter. Ich verlinke euch unten die Seite mit dem Preislist, was sowas kostet. Da sind aber nur Gründer gegarte drauf, ohne Kälteleitung. Da müsst ihr anfragen, was ihr habt. Weil diese Leitungen sind nicht ganz flexibel, also sie sind biegbar. Da müssen wir schon wissen, wie lang das so eine Leitung sein muss. Wir montieren auch vor Ort im Umkreis von 25 Kilometern solche Anlagen. Weiter weg nicht, weil wir sagen, für das braucht ihr einen Kältemonteur vor Ort. Fragt den an, ob er so eine Anlage von uns beziehen kann. Das ist in der Regel kein Problem. Ja, das komplette Kühlaggregat kann ich selber montieren. Ohne kältetechnisches Vorwissen, weil wir alles schon mit Kupplungen vorbereitet haben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel eine Wand, ein Loch schneidet in eine Kühlzelle und den Stopfer reinschiebt. Da mache ich euch sicher hier ein Video. Wir haben diese Aggregate teilweise am Lager, teilweise nicht. Auch wenn ein Kühlaggregat im Notfall ausfällt, haben wir Komponenten am Lager. Wir haben die ganze Steuerung am Lager. Also, wenn ihr kältetechnisch was braucht, fragt an. Anfragen kostet nicht. Lässt euch ein Angebot geben, was ihr hier braucht, wie groß es euer Kühlraum ist. Schickt uns Fotos oder sonst irgendwas oder eine Pläne, was ihr habt. Und wir können euch das Angebot machen. Das gilt nur für die Schweiz. Wir liefern nicht nach Deutschland solche Kühlaggregate. Also das Kühlaggregate-Geschäft, RivaCold, ist nur in der Schweiz. Wir liefern nicht über die Grenze, obwohl wir hier ja zwei Kilometer von der Grenze weg sitzen. Eben hier das Aggregat über diese Stopfer-Aggregate. Hier unten ein weiteres Aggregat, was irgendwo montiert ist. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.